So, moin moin Freunde, hier ein kleines Bauupdate von den Gleisbauarbeiten zur S25. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier zwei Garnituren mit Langschienen im Bahnhof Priesterweg abgestellt. Die Arbeitszug-Lok ist von der Firma WFL, die 202822. Den Steckbrief der Lok werde ich unten in der Beschreibung wieder verlinken. Ja, und wie ihr seht, der Zug hat schön Spaghetti geladen. So, das ist die S2, die fährt nach Bernau gleich ab. Die Züge der S2 zwischen Priesterweg und Südkreuz werden ab 12.8. bis zum Bauende, zum 2.9. ebenfalls nicht mehr verkehren, da alle sechs Weichen und die beiden Gleise der S25 hier im Priesterweg gewechselt werden müssen. Hier liegen noch Holzschwellen und die Holzschwellen sind fertig. Vom Schotter will ich gar nicht erst reden. Ja, das war's jetzt mal so auf die Schnelle und mit heißer Nadel gestrickt. Von hier aus Priesterweg von der S25. Ich wünsche euch was bis Dänelden. Ja, wer mich morgen sehen, treffen, etc. möchte, einfach mal unten im Bahnhof Lichtenrade gucken. Morgen ist der Tag des großen Brückeneinhubs. Ja. Ja. Vielen Dank.